Ja, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die wir neu gerade gestalten. Wer würfelt die 15? Da gibt es ganz viele Thaler, die jeder bekommt und die muss man möglichst behalten. Und wie? Ja, indem wir diese drei Würfel würfeln zum Beispiel und mit allen vier Grundrechnarten immer auf 15 kommen wollen. Und Leute, ihr glaubt nicht, wie lustig das ist. Man denkt immer, rechnen, furchtbar. Nein, wer kommt bitte darauf, dass 6 minus 1 5 sind und mal 3 5 sind? Weil dann braucht man nämlich keine Thaler abgeben. Und wenn man nämlich mehr als 15 hat oder weniger, dann muss man dementsprechend Thaler abgeben. Und es ist faszinierend. Wir haben das erst verstanden, seitdem wir das selbst angefangen haben zu spielen. Und zwar egal, ob mit Kindern oder mit Oma, völlig wurscht. Das ist ein bisschen Bei-Zona. Das war's.